Dokumentieren, werde ich dafür sorgen, dass euren Namen in den Fußnoten erscheinen. Der Mistkäfer und AdCaptor27. In den Fußnoten. In den Fußnoten von Ira irgendwas. Peabody und Atlas. Peabody und Atlas. Atlas Peabody. Wenn gleich aller Ruhm für die Rettung mir zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Also dort oben ist der Ausgang. Und dort unten ist nur ein Portalentfernungsfläche. Und da drüben kriegen wir Flüssigkeit, mit der wir die ausschalten können. Also genau, Dings. Und wir brauchen noch einen Würfel. Stimmt, ich kann da auch mal kurz rüber gehen. Also das brauchen wir. Und da kriegen wir einen Würfel. Ach so. Ach so, okay. Ach so, wer du übst. Zyamax. Ja. Warte mal. Exzellent, wir haben's. So. Ja. Oh, dann weg mir runter. Ähm. Ja, ich wollte dir zeigen, da ist ein Würfel. Ja. Das alles bringt uns das jetzt schon weiter, weil es geht ja hier noch weiter. Ja. Dass wir über nichts runterkommen. Ja, die Frage ist jetzt so, ob wir noch irgendwas von dort hinten halt jetzt hier unten brauchen. Wir können nix mitnehmen. Ja, wir können nix mitnehmen, das stimmt schon. Aber ich weiß ja nicht. Weil der Gang ist halt Kilometer lang und ja, wir auch nicht. Ja, wir brauchen nix. Hier unten geht's ja gerade weiter. Aha. Aha. Wir brauchen wieder einen Würfel. Wir brauchen wieder einen Würfel. Rechts und links werden wir zerstört. Das klingt gut. Ähm. Ja, mal kurz noch. Mal drüben kriegen wir Flüssigkeit. So können wir irgendwo verspringen. Das ist ein Klapp, wahrscheinlich. Genau. Das heißt, die Geschwindigkeit, weil wir hier... Ja, ich weiß schon. Hier und hier ein Portal. In der Mitte Flüssigkeit, dann können wir hier drauf springen. Vielleicht die Geschwindigkeit, verstehst? Ja. Ähm, nein. Du nix. Du musst da, so. Nee, was ist denn da? Jetzt. In der Mitte da, genau. So. Jetzt machen wir mal hier. Jetzt machst du mal hier und hier ein Portal. Hä? Da und da. Okay. Okay, das geht nicht. Haben wir noch irgendwo blau? Blaue Grimannes. Ich weiß nur, dass wir beide hinten sein müssen, dass der Würfel rauskommt. Gut, das heißt, es muss schon irgendwie so passen. Ich frage es nur. Dort oben ist auch noch was. Ja, da sind wir rausgekommen, oder? Ja, stimmt, da sind wir rausgekommen. Also, es muss aber so gehen, damit wir reinlaufen. Aber die Fläche ist ja komplett... ...orange. Ja, aber das geht nicht. ...wann wir hier unten noch. Das ist... ...der Würfel. Und die Würfel kriegen wir, wenn wir beide hinten sind. Und auf der Seite stehen. Gut. Die Frage ist auch, warum gibt's rechts und links? Das ist ja... ...äh, gut, ich glaube, wir müssen rechts und links. Die Frage ist jetzt, ob du mehr Beschleunigung noch brauchst. Ähm, also probieren wir es nochmal. Ähm. Da hat noch ein Sieger, aber zuerst mal rauf. Ja, geh du mal. Ja, tu du mal dort drüben. Da muss mir noch... ...flüssigkeit hinbegeben. Also, wir haben ja noch keine Flüssigkeit. Ja, warte, den kannst du mir selbst geben. Und da besitzen. Also, wenn wir jetzt probieren, dass du dort hinten jetzt laufen würdest von... ...kannst du... ...ja, kannst du das auch noch... ...nee, so nicht, ähm... Warte, ich muss doch vor da sitzen und muss mich rauf lassen. Ja. Ich schütze mal, das meint. Ja, und das andere da, genau. Dann gehst du mal kurz hoch. Lassst du mich rauf? Genau, und setz die zwei noch. Ja, setz ich die zwei. Moment, Moment, Moment. Und jetzt probieren wir es nochmal. Ja. Ja, jetzt brauchen wir natürlich noch Timing. Enttäuscht mich nicht. Ja, abgesehen von Timing, weiß ich nicht, ob es sich ausgeht. Doch, das gännt sich aus. Du bist jetzt verschmettert worden. Warum machst du das jetzt super kompliziert? Du musst einfach nur runterspringen. Fuck. Ähm. Ja. Achso, ja. Alter. Moment. Jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. Also, wenn der kurz mal runtergehen muss. Kommt nicht zur Schmerung. Was? Aber gerade eben bist du jetzt zerschmettert worden. Da bin ich aber reingefügt. Ich bin nochmal ein Scheiß da. So. Du bist gerade falsch. Äh, hörkommst du. Hey. Es gibt ein Loch auf der ganzen Fläche. Wo rennt er hin? Da. Ja, bei mir war es so. Das Loch hat natürlich seinen Zweck, damit wir hier keine Flüssigkeit benutzen können. Und uns so hier die Bahn machen können. Ja. So. Moment. Wir fragen. Wann? Ich frage jetzt wirklich, wann? Ja, ich komm jetzt raus. Kommst du nicht raus, du klebst dagegen. Ja, stimmt. Unten ist ne Einträfung. Ähm. Komm jetzt. Okay. Hier ist eins und da drüben ist zwei. Okay. Warte mal. Drei, eins. Warum ist das Spiel? Okay. Ja, das klingt gerade auch mal. Wie wär's einfach. Moment mal. Ähm. Du gehst nochmal hoch. Ja, wollte ich ja. Mach ich. Geh nochmal hoch. Und jetzt renn einfach. Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Die Frage ist jetzt, wann ich dich loslasse. Das muss du hinterher sehen. Au. Äh, das war's falsche. Ähm, tut mir leid. Äh. Ja. Aber es ist gang. Es ist gang. Das ist ganz wichtig. Das ist gang. Höhöhöh. Und dann. Höhöhöh. Biet, biet. Ähm, Moment. Höhöhöh. Höhöhöh. Einfach rum. Höhöhöh. Höhöhöh. Mein Gott. Au. Höhöhöh. Höhöhöh. Höhöhöhöh. 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 Au. Ja, das war jetzt genau dein Tod. Ähm. Ja, ich weiß halt auch nicht. Das ist kompliziert, weil du hast wirklich ganz wenig Zeit. Nein, ich muss vorher auch noch die Bandage setzen. Warten, aufpassen. Äh. Ich muss hier die aufsetzen. Tso, so, so, weil wenn ich drin bin, müsste ich einfach das Bandage umsetzen. So, du bist nochmal hoch mich. Oh, mal hoch. Ja. Ja, von und zu Eckschwefti. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ja. Ich weiß halt auch nicht. Das ist komplett schwierig vom Timing an. Ja, das passt. Na, ich glaube, wir müssen es gar nicht so kompliziert machen. Deshalb ist Spiegel verkehrt. Weil du ja hier quasi auf die Seitenplatte konntest. Nein, nein. Okay, das war ein. Nein, nein. Zu wenig lang wie durchglauben, wahrscheinlich. Du bist doch lang. Ähm. Oh Gott, oh Gott. Äh, immer noch nicht. Letzten paar Zentimeter. Kann ja nicht sein, ey. Ey, zu schwer sein, oder? Vielleicht stellen wir uns nur selbst wieder was viel zu kompliziert an. Also läuft's nicht rum. Ja, weiß ich nicht. Früher. Ist ja egal. Ähm. Wann lass ich dich los? So, haben wir ja nix. Aber rennst du auf ewig kalt. Vielleicht rennen, lass ich dich zu lang rennen. Und möchtest du rau laufen? Das ist mir relativ wichtig. Ja, ich lauf immer gegen gelben. Gut, dann läufst du immer gegen gelben. Ja, das war zu früh. Ähm. Oh, le-le. Leute, wann lass ich ihn dann springen? Keine.